Im folgenden Film erläutern wir Ihnen die Einrichtung des Unfallmeldedienstes unter IOS. Für das Einrichten des Unfallmeldedienstes benötigen Sie vier Dinge. Unser Schreiben mit Ihren persönlichen Registrierungsdaten, das Begrüßungspaket mit dem Unfallmeldestecker, beides erhalten Sie per Post von uns, Ihr iPhone und natürlich Ihren Pkw. Bevor Sie jetzt starten, aktivieren Sie in den Einstellungen Ihres iPhones Bluetooth und die Ortungsdienste. Nun geht es los. Öffnen Sie den App Store auf Ihrem iPhone. Gehen Sie auf Suchen und geben Sie ein HUC UMD. Dann klicken Sie auf die Unfallmelde-App der HUC Coburg. Klicken Sie auf Laden und dann auf Installieren. Die Unfallmelde-App ist nun installiert. Wenn Sie die App nun öffnen, erlauben Sie den Standortzugriff und die Mitteilungsberechtigung. Anschließend klicken Sie auf Registrierung und geben die Kontokennung und den Aktivierungscode aus dem Schreiben mit Ihren Registrierungsdaten ein. Wenn Sie die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung durchgelesen und Ihnen zugestimmt haben, geben Sie noch Ihre Telefonnummer ein. Dann ist das Konto erfolgreich eingerichtet. Nun fehlt nicht mehr viel. Stecken Sie den Unfallmeldestecker in den Zigarettenanzünder oder eine 12-Volt-Steckdose im Blickfeld des Fahrers und schalten Sie die Zündung ein. Ein Blinken der LED-Anzeige am Stecker zeigt an, dass er mit Strom versorgt wird. Nun klicken Sie in der App Ihres iPhones auf Jetzt meinen Stecker registrieren. Klicken Sie auf UMS iPhone. Ist die Bluetooth-Verbindung erfolgreich, klicken Sie auf Absenden. Nach der Koppelung muss ein Funktionstest durchgeführt werden. Klicken Sie auf Absenden und starten Sie den Funktionstest. Anschließend wird ein kostenloser Anruf aufgebaut. Sie hören nun folgende Ansage. Herzlich willkommen bei Ihrem Unfallmeldedienst. Der Funktionstest war erfolgreich. Hören Sie sich diese Ansage vollständig an. Danach erhalten Sie eine Bestätigung angezeigt, dass Sie den Unfallmeldedienst erfolgreich eingerichtet haben. Wenn die LED-Anzeige am Stecker dauerhaft leuchtet, ist das für Sie das Zeichen, dass der Unfallmeldedienst betriebsbereit ist. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt haben Sie den Unfallmeldedienst erfolgreich eingerichtet. Wir wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt!